Willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands 2! Wo steckst denn du? Hey! Nicht verstecken! Das ist sehr böshaftig. Das ist böshaftig. Was wollten hier eigentlich von den Quests nach innen? Weben Witch-Gebiet. Ich weiß nicht. Ich glaube das ist einfach nur... Irgendwas hingezeigt. Ja, das ist die aktuelle Quest. Die zeigt bloß dahin, weil wir da durchreisen müssen. Aber wir können doch direkt nach Korsi Kervans reisen. Ja klar, da müssen wir so zurückgehen. New Kill Tim! Der Schimpf, weil ich den gekillert hab. Ja, die machen ein bisschen Killer vielleicht. Oh, da oben. Dieser Verlierer. Ich krieg's da oben. Dieser Roboter! Yeah! Yeah! Das ist dann da unten, das ist ja ein High-Loader. Wo ist ein High-Loader? Hier auf dem, ähm... Wenn auch noch ein paar Leiste drin. Ja, ich krieg den. Ja, ich krieg den. Ja, ich krieg den. Den kriegst du. Schon putt. Putt, putt, putt. Und hier unten können wir auch nochmal massigweise XP bekommen, wenn wir unten jetzt diesen Schalter drücken da. Oh ja. Aber Moment noch, vorher tue ich mal was einstellen. Okay. Alrighty. Nochmal schnell den Punkt vergeben. Mal gucken, was wir hier alles machen können. Ich hab ja so viele Dinge, die ich jetzt machen kann. Ja, nehmen wir das hier, dieses Blutbad-Dings. Ja, du kannst nicht auf mich drauf springen. Ey, dein Schatten wird hier unten geworfen. Das finde ich nicht schön. Bevor du an diesen Schalter drückst. Munition sammeln. Weil es kommen nicht halt massenweise Viechers. Ich bin voll eigentlich. Ja, ich noch nicht ganz. Brauch noch ein bisschen Shotgun-Munition. Und jetzt kann es eigentlich losgehen. Granaten hast du ja, he? Jo. Also es kommen auf jeden Fall... Ja. Es kommen auf jeden Fall sehr viele, viele Loader. Kannst du denn mit ins Auto kommen, he? Ach so, ne. Ich mach das zu Fuß. Es kommen nämlich sehr viele Gegner. Ja, schau mal. Ah. Der hat vielleicht auch nicht gelandet hier. Ich liebe es, wenn du auf meinem Windschirm schlägst. Das Auto wird nicht lange halten, glaube ich. Ja, noch ist es über 80. Ja, die ganzen, ähm, Reparier-Dinger kaputt. Okay. Ich stehe hinter dem Loader und bin mir in den Arsch. Ja. Ah, jetzt hat er wieder dabei. Ja. Ja, 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 ja. Ich bin gerade etwas. Ich mach den mal eben. Ah, scheiße. Das war zu viel. Ja. Gehst du? Ja, jetzt sehe ich keinen mehr. Hallo. Kriegst du den? Ja. 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 Ja, ich schieße ihn gerade mit ins Gesicht. Ja, gut. Ist so einfach, ne? Ja, ist aber lustig. Ja, es gibt doch massigweise XP. Oh, der hat eine, der hat eine Kunststoff-Turret. Der geht weg. Oh nein, warte, ne, mach ich kaputt. Den kannst du doktor? Gut, mach das. Oh, ne, mach. Ne, mach. Ups, kann ich meinen Sonja. Dann mach ich den kaputt jetzt. Oh, ne, jetzt hast du ihn mit Kill geklaut. Ja, ich bin selber tot gewesen. Ach so. Ah, dann passt schon. Passt schon. Ich hab ihn. Ich hab ihn noch nicht. Äh, aber Server-Sniper gehabt. Okay. Weißt du, die letzte, die gute Server-Sniper? Ja, genau. Hab ich auch, genau. Oh, mit der Maus spielst du das denn ganz anders hier. Ah, lecker. Mit der guten Emix 518. Ach so. Und jetzt kommt die nächste Welle. Superbettes, Lola. Falls du Granaten findest, ruhig nehmen, weil ich brauche mich. Und irgendwelche. Weiß man, ist lecker nachdem. Ein Prinz und Mist ist laut, du Krägerst. Oh, nein. Ich hab Angst, dort auf mich anzuschießen. Ihr seid ja so böse. Ach, ich hab ja noch diese... Nee, die ist leider. Wir sind eng, du. Ja, ja. Ich muss mal eben... Ich hab da mal einen Granatenwerfer gehabt. Äh, Raketenwerfer. Alter, die drehen sich jetzt sofort um zu mir. Na, die sind ganz schlimm. Ich hab die mal geslackt eben, ne? Mhm. Ich auch. Einer steigt weg. 3.300 XP. Das bringt schon ordentlich was, ne? Oh ja. Und dann kommt der nächste. Geslackt. Oh, okay. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Oh, das geht auch ganz schön schnell. Das ist noch? Ja. Das hört irgendwie manchmal auf. Ich halt hier gedrückt und das hört auf. Ja, ich halte. Ich kenn das. Komisch. Hier mal aufmachen. Das Ding. Jo, ich hab nur noch 5 Sniper-Schüsse. Jetzt mehr. Ja, ich slack's mal. Lass mal weg den da, weil der gerade schießt. Komm mal auf zu schießen, du alter Erde. Warte. So, jetzt ist alles slack. Sehr schön. Dann mach ich mal mit Corrosal weiter. Kannst noch was slacken? Warte, ich mach nichts. Sauber. Warte. So, jetzt kann ich noch nichts mehr machen. Ja, schön. Hier liegt noch was tolles. Guck mal, was hier liegt. Kannst du alles einsammeln. Ja, Iridium zum Beispiel. Ah, ja. Geil. Und das blaue, hier ist ne blaue Granaten-Mod. Corrosive Bouncing Betty. Willst du die haben? Die ist bestimmt ganz toll. Nee, danke. Nicht. Oh man, das war ein Hitler-Kampf. Aber es hat halt viel XP gegeben, nicht? Ja. Ich hab hier ne neue Shotgun. Gable-Living-Pounder. Ja, hab ich auch. Oh nein, ne T-D-Or. Oh man. Ähm. Ich hab da gerade ne interessante Dier, werd ich mal nehmen. Ja, hast du wieder so ne Flagg für dich? Ja, ja. Das magst du doch. Nö, nö. Das legt hier ne Sniper mit... Nö, bleh. Ich muss erstmal wieder das alte Zeug loswerden hier. Die hier kann weg. Der ist auch nicht mehr so schön, der Raketen-Werf-Hör. Ey, ich muss das Zeug verkaufen, Junge. Iridium, ja, aufnehmen. Hier ist noch ne Spingun mit Korosive-Schaden. Ach, wie ist mein Raketen-Werf, seh ich gerade. 300 Schaden hat das Ding. Mhm. Ich guck mir meine Longboard-Tesla, die ist ja auch ziemlich alt. Die ist Level 16. Oh mein Gott. Wieso schlepp ich das mit mir rum? Skandal! Ey. Ich schummel gleich ein Auto und fahre weg. Nein. Ach, ich bin dem ganzen Getümmel-Level gestiegen, seh ich gerade. Mhm. Ah, ich komm dann mit dir mit. Okay. Okay. Erstmal Zeug verkaufen hier beim Inventarhaus voll. Und ich bin zuvor, mich diese ganzen, ähm, Abgeordnze kaufen fürs Backpack. Oh, sag mal wie weit rutscht denn das noch seit dem ganzen Skarzeug, das ist ja furchtbar. Oh Mann. So verkaufen wir hier alles. Ja. Purchase, sell, trash. Medizionen für Schutten kaufen und für Balladen. Jo, jetzt guck ich mal in mein Vertrauchschnell. Okay, alles schön verglichen. Jetzt nochmal sell, trash. Ja, und jetzt können wir unseren Nebenquest machen. The Lost Treasure. Reiserieren wir mal nach Caustic Caverns. Jo. Denn wie gesagt, da ist alles noch normal vom Schwierigkeitsgrad her. Da kann man halt noch ein bisschen leveln. Jo. Aber ich glaub da ist Säure nicht so gut, oder? Ne, ne. Deswegen Slack. Slack und Feuer. Ausvalorisieren. Ja, Schock vielleicht nicht. Schock hab ich leider nicht. Ach so. 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 Dann muss ich erstmal alles wieder mal ein bisschen gescheit hinpacke. Ich hab immer so ne gewisse Ordnung hier in meinem Kram. Ja. Jo. Duuuu. 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 Schock dann raus. Ja, oder ne gute. Duuuu. 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 Ich geh am besten einschlagen und lief ihn tot. Ja. Es kommt ein riesengroßes Fettnis. Duuuu. Nein. Oh Mann ist der groß. Ja. Oh, es hab mich schon umgedreht. Hier kannst du aufsammeln wenn du brand. Oh ja, die ist richtig gut. Ja. Ja. So ne Bete Arsche noch. Ah, der hatte keine Chance. Guck mal hier wie schnell der Gesundheit verliert. Das war's schon. Hier kannst du Geld aufsammeln. Wir sind im Käfig hier. Ah, da ist ne Blase gewesen. Ah ne, das meinte ich nicht. Vielleicht kann ich ja eine abusieren. Nein, nein. Hier ist noch einer, aber der ist zu weit weg. Kill den Little Man hat der gesagt. Ja, töte dich klein. Oh, die ist nicht klein. Die ganzen Klistalle, aber die bringen ja so viel Geld. 34$. Wahnsinn. Schau mal, wie lange hält denn dieses Korrosions-Kram noch an? Ja. Doch, das hält echt lange an. Oh, hier ist ja ein Adult-Warket. Wo? Ja, oben da. Was? 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 Ja, tut mir leid. Wir können uns einmal nicht abrotten. Es ist eigentlich ne Kiste, wenn man einen kriegt. Feuer? Oh, jetzt noch einer. Oh, hier auch noch einer. Kriegst du es? Ähm, weiß nicht. Oh fuck, ich bin besäuert. Besäuert. Was? Die blöde Glattons nicht auf dich heute. Ich hab's halt so. Ja, hinter uns ist das allein. Was? Ach da, tatsächlich. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie hat der in einem Schaden gemacht gerade. Ja, der hat diese, diese... eine Ausspul-Attackung oder sowas. Ja, keine Ahnung. Oh nein, jetzt sterbe ich. Ich muss mich wieder weg. Oh nein, scheiße. Dann komm ich schon mal zu dir zu kommen. Ich freue mich, dass du immer. Ich freue mich, dass du immer. Wo bist denn du? Du bist ja der ganze Zeit weg. Ich versuche. Ich versuche. Du nicht sterben heute. Du sterben jeden Tag! Ich kann gar nicht so ein Knochen aus meiner Spine. Okay, mein Toll. Meliere, Wife. Alter, du bist ne Erde, ne Böse. Na, komm, geh nicht angefangen. Das Glück hat. Ja. 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 Ich freue mich noch gar nicht. Ich fühle mich jetzt. Der Schalter oder was? Na, den Schalter mit der Schalter noch nicht. Das kommt ja später, ne? Ich glaube, das ist besser. 300 XP. Über 300 XP geben die da hin. Das ist gut. Ja. Ist da noch einer? Ich schieße bloß auf dich, das Teil da. Achso, ne, die gehen nicht kaputt. Du musst den Melee resieren. Nein. Ich seh' einen... Ich seh' einen... Ich seh' einen Warkit. Ach, da kommt das Fie, ne? Glaub ich. Jo. Haben wir den jetzt Waffen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, es gab noch einmal 300 XP dazu bekommen. Jo. Ich muss ja diesen Warkit eliminieren. Gucken wir mal, das Fie müsste ja jetzt hier aufmachen. Es sollte eigentlich jetzt möglich sein. Vor allem, weil wir jetzt doch bessere Waffen haben. Dezent bessere Waffen. Ja, hoffen wir's mal. Dann können das ja auch. Naja, das würde gehen. Na erstmal müssen wir mal нрав partiskommen. Bleu. Naja der ist doch noch ganz schön ohne. Nicht ohne du. Ganz schön nicht ohne. Ja. Aber wir haben hier ja unseren kleinen Vantage Point. Ich muss mein Schild erst mal aufladen lassen. Oh, es hat sich gerade bei mir etwas... Ich glaube, der muss den Lackab dann abhauen oder so ähnlich. Ich versuche, ihn hinzugehen, aber der dreht sich immer so schnell in der Arsch. Warte, ich habe... Ach nee, jetzt dreht er seinen riesigen Scheiß-Beingedönster. Das war's schon. Das war's. Rette mich mal. Hier bin ich. Ja, du musst es einmal im Lackab-Rustrasch... Hier ist die Kiste. Der hat die Weilekiste an der Seite. Oh, die kannst du gar nicht mehr finden. Ja, schöne Hefte hier. Oh, Pornobilder von Moxie. Was trinken wir denn? Jeweils weißt du das? Bei Markus? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal, glaube ich, hier in... Drücke mal L? Mach mal L. Das war, glaube ich, Lost Treasure oder wie hieß das, ne? Äh, Save, ja, irgendwas. Keine Ahnung. Irgendein Scheiß. Ach, keine Ahnung. Der verlorende Scheiß, ne. Keine Ahnung, finde ich es gerade nicht. Hier war auch noch eine Waffenkiste, ne? Ja. Hier, Hyperion. Den haben wir auch schon in Hyperion-Mordauftrag. Ah ja, der Hyperion-Contract. Ach, da hinten ist noch eine Kiste, ja. Mhm, und wenn du ein gutes Schild hast, ein mächtiges Schild, kannst du dort zu der Insel geradeaus gehen. Okay, und was habe ich davon? Ähm, oh, das ist eine Lob-Tesla. Den nehme ich mal. Ähm, da hinten ist irgendwie bloß so eine Art Anspielung auf Herr der Ringe, glaube ich, wenn ich mich eistäuscht. Okay. Eine weitere. Aber ich habe jetzt auch mal kein Schild, der so genug kapiert hat. Ja, aber nicht, weil der Sprung hat geklappt hier. Was ist das für eine Scheiße? Skandal. So was kann man jetzt hier noch machen? Gesundheit aufsammeln. Ja. Und jetzt haben wir hier noch, ähm, in Lost... The Lost Treasure. In Old Haven. Follow the clues. Das ist auch mal lustig, weil du da wirklich eine schöne Rundreise machst. Ja, stimmt. Und ich habe keine Uhr gestellt. Vielleicht kann ich mich diesmal auf mein Gefühl verlassen, aber ich glaube nicht. You make me vomit! You make me vomit! Ich glaube, wir können auch hier rüber gehen. Gut. Du weißt, wo die Anhaltspunkte noch liegen, ja? Ähm, ungefähr, ja. Einer ist... Oh, da müssen wir dann doch da hin. Einer ist ja da drüben. Da müssen wir an diesem Rad drehen, oder? Ja, am Rad drehen, natürlich. Meine Güte, von dem eingesammelten Geld von diesen Kristallen kann ich mir nicht mal Munition kaufen, weil die so teuer ist. Hm. Ich sammle mal noch ein bisschen Geld hier rein. Wir werden Ringsteig. Oh fuck, jetzt komme ich mit. Die Ätze. Die Ätze. Korrosives. Liquid. So, drehen wir am Rad, hä? Ja, aber drehen wir am Rad. Ah ne, ist bloß ein Hebel. Ja, keine Ahnung. Zieh dir den Hebel. Also da ist es Soaked Railway. Okay, hier ist eine Blase, aber das mache ich nicht noch mal. Ah, hier im Warehouse, im Infested Warehouse ist das. Das ist immer noch nicht gewesen, glaube ich. Das kommt hier vorne, oder? Ja, also hier ist erstmal um die Ecke. Ja, erstmal hier das Ding wegschießen. Ja, erstmal hier das Ding wegschießen. Du hast bloß noch 200 XP, wie langweilig. Ich bin ehrlich, der hat wenig gebracht gerade. Das finde ich jetzt entsetzlich. Ganz, ganz schrecklich. Oh, hab ich einen Käfer gekillert. Killerkäfer. Der hängt jetzt da noch dran, an der Wand. Kill the little man! Ja, die bringen auch ganz schön. Warte mal, lass die mal hier eben noch etwas evolvieren. Ja, ja. Liegt hier noch das Weiße. Na los, dann komm raus, so ausgewachsen. Ah, stimmt. 244. Alles, was wir kriegen können. Hab ich doch was gedroppt? Ja, ne, ich schmeiß hier meine Muniz. Äh, ich hab doch nicht hier die Ohrwaffe. Ach so, okay. Ja, stimmt. Makes sense. Immer hier reingehen. Da könnte Munition sein. Ja. Natürlich ein Slack-Trasher mit einem Slack-Raketenwerb angetroffen. Oh ja. Da ist da einer. Brennen, brennen, brennen. Ja, hat er das gesagt, ja. Mhm. Oder ein Fühler. Kann man der doppelt hier fahren? Nein, komm nicht. Ja. Nein, ja. 468. Das ist nicht schlimm. Ah, du kleines Würmchen. Oh, hier macht eine Raketenwaffe. Mal sehen, die muss ich erstmal ver... Ne, da ist weniger Schaden als den, den ich habe. Da ist weniger Schaden, ja. Ja, da ist weniger Schaden. Ich rede mal in Tobias seiner Sprache. Ah, okay. Da bringt er immer lauter solche Dinger. Ja, ist richtig. Außerdem sind wir Männer. Wir können uns nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Genau. Oh. Also spielen und reden gleichzeitig geht nicht. War hier nicht irgendwo ein Schalter? Ne, hier drinnen nicht. Im Warehouse. Das kommt erst noch vor uns. Hier kommen erst noch viele Thrasher. Große. Der hat mich gehauen, der Arsch. Was? Wöchst du irgendwo? Na klar, bestimmt. Hier hinter dir ist einer. Der Fühler abschießen oder so? Nee, die geben leider nichts. Hier ist ein kleine Tapto. Haha, du Scheiße. Der hat so schreien, Mann. Das tut mir leid. Hier bist du da drin auch. Das ist einfach, dass die Span ist, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es zufällig generiert wird. Okay. Und forget to collect ammo. Ja, erstmal bin ich im Raja Modus. Egal. Ach, stimmt. Und hier gibt es auch eigentlich recht viel Eridium immer. In den Kisten. Ja. Weil wir wieder versuchen, da hochzukommen, sinnlos. Ja, ja. Nee, das muss ich meist nicht machen. Gute Gehüt. Ja. Ja. Da hinten ist noch eine Munition. Hier ist immer mal eine Munition ein. Bei dir müsste, glaube ich, jetzt eine Waffenkiste sein. In irgend so einem Krater. Okay. Glaube ich. War das hier ja? Ich weiss gar nicht mehr. Nee, an der Säure-Coast. Also an der Säure-Küste. Da hinten ist sie doch. An der Wand. Hier. Ah, okay. Ja, stimmt. Achso, nur zwei. Naja, ne gute macht halt viel Schaden, die Schnapper. Meine beste Schnapper macht 1028. Na dann. Nehm ich die mal. Weil die Jacobs, die schießen zwar langsam und haben einen kleinen Klipper, aber die machen halt schön viel Schaden und sind genau. So. Und das jetzt. Ich kletter ja hoch. Ach da oben. Spuckt mich irgend so ein Vieh an da. Von wo? Ach so ein Warkett oder was? Ja, ja. Oh, ein Badass. Den könnten wir eigentlich abschießen. Oh, dazu bräuchte ich mal ne Korrosivwaffe. Ach stimmt. Aber irgend so ein Typ hat gesagt, ja hey, keine Korrosiv. Der ist ja die Panzer. Ja. Aber ich hab ja sowas. Ich werde sie wieder eintauschen jetzt. 877 hat er noch ne bessere. Oder? Hey. Ich kotze mich an der Typ. Das soll gleich kurz sein. Zwei oder? Zwei ja. Einer liegt ja nach rechts. Der eine ist weg. 900 XP hat er gegeben. Das ist nicht ohne. Der zweite Verfassung. Yeah. Ausgezeichnung Rezort. So. Dann ins Wehrhaus. Beziehungsweise. Ja, da gibt's sowieso auch noch ein bisschen Monizone da drüben. Oh, hier ist überall bloß Geld drinne. Scheiß Geld. Du kriegst Plug hier. Du kriegst Plug. Du kriegst Plug. Ja. 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 Es kommen hier natürlich auch wieder 100.000 Markets. Und die gibt's auch an der, an der Säureküste. Ja, da gibt's auch an der Waffenkiste. Ich hab dich mal beschützt von. Es ist ja fiesen Rocket. Und der hat einen 10.000 Schaden wanted launcher gedroppt. Echt? Oh mein. L-Level 29. Sehr gut. Hier, wir brauchst was. Hier hinten doch die Säureküste. Da legst du mich gleich an. Cool. Da ist er schon. Oh, da hat was gedroppt. Oh mein Gott! Leck nur rührt uns die alle aus! Rührt das ja! Diese Gewürze ist so palmig! Das ist super! Oh man! Genau! Mal sehen was wir nicht angucken! Oh das ist eine... recht gute, mal sehen! Deadshot Cannon! Ja den nehme ich mal da unten, die da steht! Ja mach ruhig! Ja aber meine hat nur 600! Das ist aber doch wieder so ein... Geschoss was so langsam fliegt oder? So eine Cannon! Warte mal! Ja! Nö! Was langsam! Guck mal wie schnell das Ding fließt! Mach mal! Hab ich gerade! Ja ok! Das ist eigentlich annehmbar! Hast du die Waffenkiste schon geöffnet? Ne noch nicht! Die ist auf ner Rampe! Erstmal mach mal hier Munizio! Da kommen sowieso mehr Viecher! Und ja auch das hier im Schalter! Müssen wir eh hin! Ja oder deswegen! An der Wand! Mach mal erstmal hier die Viecherblatt! Mh mh! Alright! Guck mal! Guck! 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 An der Wand! Oh ein Schild mit... 2600 Kapazität! Downsize, Emptify, Shield... Kacke! Wirst du das Explosive Schild haben? Ne kannst du nicht haben. Ich werd das mal ausprobieren! Das ist ein Fat Ass! Ja ich hab ihn schon gesehen! Den hab ich noch ein bisschen evokieren lassen! Konfusion! Konfusion! Ich werde dich durchführen! Geh nicht zu weit! Geh nicht zu weit! Auch der Granadenmott da! Standard! Geil getroffen von hier! Mit der Axt geworfen! Eigentlich habe ich den gerade mit meinem Schild zerstört! Nein, den anderen meint ich! Ich hab hier rechts egal! Achso! Oh! Das Schild ist nicht echt eigentlich! Sehr gut! Jetzt mit dem nochmal adultieren hier! Oh! Ich hab mich schon totgeschlagen! Das bringt viel Erfahrung! Los geht! Okay, dann lass mal den für dich adultieren! Hinter dir ist noch einer! Ja! Los! Mach dich zum großen! Ich kämpf auf deinem Kopf! Du machst Sachen! Du brauchst dich nicht mehr springen um ihn zu schlagen! Oh Mann! So was haben wir hier? Ich hab da! Der Helmverdannter Hande! Oh ja, er redet ihm von da! Nicht schlecht! Oh, er redet ihm von da! Nicht schlecht! Oh, er wird 20! Hinter dir ist ein riesiger Käfer da! Guck mal! Oh, na warte! Oh, ein Unterpunkt! Ah, hier! Miss Booth, need I remind you of the term of your contract! Your Security Team is meant to assist my Excavation Crew! Whether or not you agree with my policies is irrelevant! Shut your mouth! Wir suchen jetzt den Schatten des Buggers! Ja genau! Das weiß ich noch wo der ist! Einfach unter Bagger gehen! Der müsste auch wieder ein Hebel sein! Oder ein Rat! Oder was auch immer! Mal Boni holen hier! Ja klar! Hier ist noch einiges! Oh, Arqueten! Je bon! Je bon! Haben wir hier jetzt noch Geld drin wahrscheinlich? Ich bin gleich Level 30 und du bist ja schon Feuerhaft! Ich weiß nicht, du kriegst irgendwie irgendwie mehr XP! Ne, ich muss doch das eine Mal nachspielen! Ne, ich muss doch das eine Mal nachspielen! Das ist unfair! You are ahead of me! Not good! Ich hab aber extra das LVs ab! Und damit ich glaube jetzt nicht! Na, das hab ich ja drin aber trotzdem krieg ich das nicht mehr! Ja, du bist ja auch! Sicher? Und du kannst auch noch nix mehr! Ich k Dream! Wir müssen noch mal kurz nix mehr ihreっ! Weck das weg! Ich hab noch eine Waffe! Ihr wisst ja auch! Ja ja! Oder halt! Je nachdem was drin ist! Na und den Kustaliten erstmal fertig da! Na, ich glaube wir spawnen da so ganz viele! Oh mach mal die Packs! Draht auf, was der hier ist los! Da hinten lag eine Slag-Waffe drin, denk ich mal, also sah ich vielleicht so aus. Achso, eine Reife, die macht aber wenig Schaden, ja. Nö, ist kacke. Beides kacke. Müssen wir nicht hier runter, irgendwie? Ähm, ich überlege gerade hier runter nicht, aber irgendwo hier oben, glaube ich, war doch noch dieses... Und die Beinen kraft, vielleicht meine ich? Ja, kann man auch gehen. Und hier unten ist sowieso dann am Ende hier, also dieses Audio-Lock. Du wirst ja, das brauchen wir ja auch noch. Ja, genau, deswegen. Konfusion, bist du verrott, ja? Ja, der schlägt sich selber ab und zu verrott. Ich habe mir Zeit, ja, noch einer, ein Volatierer-Krystallin. Du hast nicht alle die Schäden, dear. Jetzt, außer jeder, die Leute... Hör auf, mir auszuweichen. Ja. Haben wir das auch geschafft. Irgendwo war ich aber auch noch mal so ein Borderlands-Zeichen. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo das war. Ist aber auch egal. BAM! 450 Spiel! Noch einer! Eine Güte! Nerv! Oh! Es gibt sogar noch die böse Bucke da! Oh ja! Oh ja! BAM! Level 30! Wo bist du? Wo siehst du? Wo bist du? Okay, bin ich Level 30. Da bin ich ganz gut, willst du? So, wollen wir hier hoch, oder? Kurz Stopp, ich werde mal kurz gucken. Ja, was können wir denn mal nehmen?